Herzlich Willkommen zurück zu unserem Kanal für Kräfte um den Zweidensweiten. Fingers. Fingers. Diese zwei Übungen sind zwei Varianten, aber das Lied ist eine lange Klappe. Oh Gott, diese... Herzlich Willkommen zu unserem Kanal. Nein. Herzlich Willkommen zu unserem Kanal. Okay, letztes Mal. Herzlich Willkommen zurück zu unserem Kanal. Zur Kräftigung des ersten und zweiten Fingers haben wir heute für euch zwei Übungen. Diese zwei Übungen sind zwei Varianten des Liedes eine lange Klapperschlange aus dem Jeki Buch Seite 54. Wir werden zuerst die erste Variante singen. Einmal mit dem Text und einmal mit Fingernummern. Eine lange Klapperschlange lauert in den Büschen. Kleines Mäulchen, bleib im Häuschen, lass dich nicht erwischen. 2, 1, 0, 1 2, 1, 0, 1 2, 2, 1, 1, 00 Bevor wir spielen, bereitet euer Fiss und E vor. Sucht euer Fiss mit dem zweiten Finger. Also es war Fiss mit dem zweiten Finger auf der D-Seite. Und jetzt sucht euer E. Das war E mit dem zweiten Finger auf der D-Seite. Und jetzt können wir schon spielen. Wir fangen mit dem zweiten Finger an. Und jetzt können wir schon spielen. Wir wiederholen diese Übung noch einmal und dabei könnt ihr auf die folgenden Punkte besonders achten. Dass euer geigen Kopf nicht untergeht und versucht gerade zu streichen. Wir wiederholen diese Übung. Wir wiederholen diese Übung. Wir wiederholen diese Übung. Wir wiederholen diese Übung. So, wir kommen jetzt zu der zweiten Variante. Wie eben singen wir, einmal mit dem Text und einmal mit Fingernummen. Klappe, Schlange, lauerst in den Büschen, kleines Mäuchen, bleib im Heuchen, lass dich nicht erwischen. 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Jetzt übertragen wir den Gesang auf der Geige. Wir fangen mit leerer Seite an und vergiss nicht die Position von dem ersten und zweiten Finger. Wir fangen mit leerer Seite an und vergiss nicht die Position von dem ersten Finger. Gut, wir wiederholen diese Übung noch einmal. Neben eurer Geigenhaltung und Bogenhaltung, achte bitte auf die Intonation. Vorheriseitung und Bogenhaltung und Bogenhaltung. Ein kleiner Tipp, versucht beide Varianten auswendig zu lernen und vor dem Spiegel zu üben. Hiermit könnt ihr eure Bogenhaltung korrigieren und gerade streichen. Vergesst auch nicht die Intonation. Viel Spaß und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Tschüss!